Ich bin als Arzt zur Bundeswehr gegangen, weil ich nicht nur Medizin machen wollte, sondern ich wollte auch Soldat sein. Der Auftrag ist, und das mag jetzt den einen oder anderen überraschen, ist zunächst mal nicht die Patientenversorgung. Der Sanitätsdienst stellt die medizinische Versorgung der Bundeswehr sicher, damit sie überhaupt gesund und bestmöglich vorbereitet in den Einsatz verlegen können. Auch das findet als allererstes hier statt. Bedeutet bei uns, die bestmögliche medizinische Versorgung anbieten und auch garantieren. Dr. Ralf Hoffmann Ich bin Generalstabsarzt in der Bundeswehr, bin hier eingesetzt als sogenannter Chef des Stabes im Kommandosanitätsdienst und insgesamt über etwa 800 Mitarbeiter verfügt. Wir sind quasi das Dach über allen Anteilen des Sanitätsdienstes. Von der Krankenhausbehandlung, der ambulanten Behandlung, der Ausbildung in der Sanitätsakademie und in den Sanitätsregimentern und der Sanitätstruppe. Also der Sanitätsdienst insgesamt stellt im Prinzip die medizinische Versorgung der Bundeswehr sicher. Wir kümmern uns um Soldatinnen und Soldaten in allen Bereichen, die die medizinische Versorgung betreffen. Angefangen von der Prävention über die Behandlung von akuten Erkrankungen bis hin zur Wiederherstellung, um sicherzustellen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten so gesund wie möglich und so einsatzfähig wie möglich sind. Dazu gehört auch, dass wir die einzelnen Approbationen im Gesundheitswesen abdecken, also die Humanmedizin auf der anderen Seite, dann aber auch die Pharmazie, die Veterinärmedizin und die Zahnmedizin hier fachlich im Kommando abgebildet haben, um das sicherzustellen. Selbstverständlich arbeiten hier nicht nur Ärzte und medizinisches Fachpersonal, sondern medizinischem Personal einerseits und Personal, das den Einsatz des medizinischen Personals erst möglich macht, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass das Ganze dann im Einsatz funktioniert. Also wir haben hier einmal einen K3-Fahrt, auf einem Berufszeigen, Neuenaufkreis, auf Schabier, Fahrt mit Spontan, Fraktur mit Blutung, rechter Unterschenkel. Ich bin als Arzt zur Bundeswehr gegangen, weil ich nicht nur Medizin machen wollte, sondern ich wollte auch Soldat sein. Kurz Übergabe, roter Patient, atmet spontan, nicht entlastet der Spannungsform, Torax rechts, blutende Wunde, rechter Unterschenkel mit Fraktur, noch kein Törnike anlegt, Blutung stand zu weit. Ich bin Teil der grünen Sanität. Die grüne Sanität ist natürlich ganz anders als die weiße Sanität. Die weiße Sanität ist natürlich das Klassische, was man sich unter dem Arzt vorstellt. Die grüne Sanität auf der anderen Seite hat den Vorteil, dass man da noch mehr Einblicke drauf bekommt, was dann auch den Soldaten mehr ausmacht. Schussverletzung, Oberarm- und Unterarm-Splitterverletzung. Da kann es sein, dass man der weißen Sanität relativ weit weg davon ist. Das ist das, was die Bundeswehr bietet. Also sie bietet jetzt ein sehr abwechslungsreicher Job. Ich bin hier in Hamburg der ärztliche Direktor und Kommandeur unseres Bundeswehrkrankenhauses. Ich habe damals schon gedacht, dass die Möglichkeiten bei der Bundeswehr, die Vielfältigkeit des Büros, die Möglichkeiten sich auch in der Medizin in ganz verschiedene Zweige weiterzuentwickeln, dass die einfach wirklich sehr gut sind. Und das hat sich bewahrheitet. Der Auftrag ist, und das mag jetzt den einen oder anderen überraschen, ist zunächst mal nicht die Patientenversorgung, sondern der Auftrag ist, die Mitglieder des Teams hier, egal wo, Gesundheitsfachberufe, Ärzte, Ärzte so auszubilden, dass sie hochwertig qualifiziert, dass sie selbstsicher und selbstbewusst wirklich die Aufgaben, die sie haben, in unseren Einsätzen wahrnehmen können. Das heißt, sie müssen militärisch fit sein und sie müssen fachlich wirklich auf höchster Ebene mitschwimmen können, um selbstständig die Aufgaben dort zu machen. Dafür und nur dafür sind unsere Bundeswehrkrankenhäuser da. Ausbildung, Abstellung für den Einsatz. Und von dem Hintergrund behandeln wir die Patienten, Soldatenpatienten und natürlich auch zivile Patienten. Deutschland ist aufgeteilt in 13 Sanitätsunterstützungszentren. Das bedeutet bei uns, dass wir an jeder Einrichtung, wo die Bundeswehr verortet ist, für jede Soldatin und jeden Soldaten die bestmögliche medizinische Versorgung anbieten und auch garantieren. Also wir bieten überall allgemeinmedizinischen Facharztstandards an. Das ist mir extrem wichtig. Wir handeln natürlich nach den Vorgaben des zivilen Gesundheitssystems und folgen dem auch. Und wir machen das eben im Inland und im Ausland, wenn immer möglich. Die Sanitätsversorgungszentren sind Teil der regionalen Sanitätsversorgung für die Bundeswehr. Davon gibt es mehr als 130 Stück innerhalb der Bundeswehr, die sich auf die gesamte Fläche verteilen. Vergleichbar sind die Sanitätsversorgungszentren mit einer Hausarztpraxis. Und wir sind dafür da, um die Soldaten in der Basisversorgung sowohl truppenärztlich wie auch truppenzahnärztlich zu versorgen. Also er kriegt quasi on top zu seinem Gehalt noch die medizinische Versorgung und allen ihren Facetten. Der zweite Schritt ist, dass wir abbilden müssen die Einsatzvorbereitung für Soldaten, damit sie überhaupt gesund und bestmöglich vorbereitet in den Einsatz verlegen können. Auch das findet als allererstes hier statt. Wir haben im Rahmen der Ausbildung den Bedarf an Ausbildung auch im zivilen Gesundheitssystem. Jeder Truppenarzt, der Facharzt für Allgemeinmedizin werden möchte oder jede medizinische Fachangestellte, die den Ausbildungsberuf ergreift und hier bei uns ausgebildet wird, wird mindestens für drei Monate, eher für sechs Monate auch in zivilen Einrichtungen ausgebildet. Hier mache ich den zivilen Abschnitt meiner Ausbildung. Um natürlich das teilweise unterschiedliche Patientenklientel, aber auch die unterschiedlichen Herausforderungen kennenzulernen. Gerade für Fachärzte für Allgemeinmedizin ist es wichtig, auch mal das Spektrum Kinder oder eben ältere Patienten, die weit jenseits des Persionsalters liegen, kennenzulernen mit ihren Gegebenheiten, um auch diese Möglichkeit im Einsatz mit abdecken zu können. Also Sanitätsdienst als Truppenarzt wird fast schon als selbstverständlich vorausgesetzt, weil ich, egal unter welcher Flagge ich gerade im Einsatzgebiet meinen Dienst verrichte, irgendwo immer eine rote Kreuzflagge finde, wo ein Truppenarzt eigentlich als Ansprechpartner vor Ort ist und für meine eigenen Wehwehchen oder Sorgen dann unterstützend zur Seite steht. Ich für mich kann für mich selber nur zum jetzigen Zeitpunkt bilanzieren, dass ich es zu keinem Zeitpunkt bereut habe, Angehöriger des Sanitätsdienstes zu sein, dass wir hier ein Umfeld haben, ein berufliches Umfeld, was uns komplette Entwicklungsmöglichkeiten darbietet. In Uniform und im militärischen Bereich bieten wir alle medizinischen Ausbildungen, die es im Endeffekt auch im Zivilen gibt. Und habe diese Laufbahn damals gewählt, weil mich gereizt hat, die Verbindung zwischen der Ausbildung als Arzt auf der einen Seite und dem militärischen Anteil auf der anderen Seite. Und Bundeswehr ist nach wie vor Kameradschaft, Teamarbeit. Das erfährt man gerade in den Auslandseinsätzen oder wenn man auf Übungen zusammenkommt, aber auch im Grundbetrieb, dass hier nichts alleine geht. Wer das mag und das in Kombination vor allen Dingen gerne machen möchte, der ist, glaube ich, bei uns gut aufgehoben. Und das ist tatsächlich das, was ich sehr schön finde an der Bundeswehr, diese Abwechslung. Also einmal das Arzt zu sein und auf der anderen Seite aber auch Soldat zu sein. Ich würde mir wünschen, dass mehr junge Leute einfach mal den Weg in die Bundeswehr suchen. Wir haben ja die Möglichkeiten, dass sie es auch über kürzere Abschnitte bei uns einfach mal probieren können und dass wir dadurch einfach mehr zeigen können, was sind wir, was können wir, was tun wir, damit die jungen Leute einfach mal das echte Bundeswehrleben erleben können.